HiFem ist ein von außen angebrachter Muskelaufbau durch die Verwendung von Magnetresonanz. Wir können damit in der Tiefe schwache Muskelpartien stärken. Das ist hilfreich, im Besonderen, wenn man sich aufgrund von Erkrankungen oder eventuell Alter oder durchgemachte Operationen nicht so bewegen kann, wie man möchte, aber weiß, und das wissen wir ja, dass Muskulatur wichtig ist. Wir können mit dieser HiFem-Therapie vor allem Muskeln im Bereich des Gesäßes, der Oberschenkel und im Bauch aufbauen. Ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist, dass dabei das lokale Fett durch die Magnetresonanz bleibend reduziert wird. Drei bis sechs Sitzungen sollten ausreichen, damit Sie bereits gesundheitlich eine deutliche Besserung verspüren, auch die Haltung sich verbessert. Ob dann gleich ein optischer Effekt erzielt werden kann, das kann in einem zweiten Schritt besprochen werden. Aber bei Ausdauer und Anpassung des Lebensstils wird auch der sicherlich erwünschte optische Defekt eintreten. Einfach melden, wir helfen gerne und bieten Ihnen auch ein Gesamtpaket zusammen mit NAD Plus Infusionen an, um das von Ihnen gewünschte Ziel möglichst schnell zu erreichen.